er kommt nachdem wir jetzt endlich alle Noten gefunden haben, aber ich meine wirklich, ich hab noch mal geguckt und auch die Honigwarmen sind beide im Winter, das heißt wir haben hier nichts vergessen natürlich vielleicht Puzzleteile, aber das ich eigentlich nicht glaube weil wir immer geguckt haben, wir haben alles eingesammelt ja mal gucken, ob da was fehlt dann nachher sehr schön, wie viel haben wir denn? ah, 11, ok, vielleicht bekommen wir noch 15 naja, so, ich glaube hier das ist kein großes Ding, hier ist nichts ok, fertig na nein, ich guck jetzt nicht ich geh hier jetzt runter ins Wasser ach nee, genau das fehlt auch noch wenn ich jetzt wieder ja, keiner vergessen der Hähnchen ja, ich bin gestorben ja, ich bin gestorben das heißt wir haben alles ich geh hier den Baum entlang den hab ich nicht erledigt da so eine Idee die letzte Abteil auch ja in den so alle Schalter sind aktiviert gehen wir also nun an den Komplizen vorbei sind wir voll? ok so und hier finden wir die rastischen Noten hier gleich mal zwei von denen ach ja und die viele hier sind erstmal tot und sind wieder schön klein wie viele sind hier bitte? Pats 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 was machen wir denn da? ach ja und ganz fies hier wieder Schneemänner da oben ist schon einer da ist auch einer da gehen wir jetzt hin da 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 dre da reingehen Oh! Was willst du denn hier? Wo ist der Mumbo? Mumbo ist in Urlaub Ich hab ein Frühling wieder Hier ist nichts Okay, danke Ah, holen wir uns erstmal das letzte das vorletzte Puddelteil Der Jinjo Und wir haben alle Jinjos des Spiels Leute Applaus Raub zu werken, danke Das war mit mir Ist egal Und erstmal jetzt hier Ist tot Ist tot Ist tot So 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 Wollen wir uns jetzt wagen Also wollen wir uns jetzt hier unten ins Wasser wagen Und Taure ruhig in das Eiswasser hinein Deine Luftreserve wird bald am Ende sein Jaja Das ist so ähnlich wie im Rusty Bucket Day So 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 geht die Luft noch schneller aus So 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 Leute, es merkt sich so langsam den Ende. Jaja, für mich heute auch. Mal gucken, ob ich das Gewisse überhaupt schaffe. Das Gewisse ist schon ziemlich hart. Hey, was zum? Oh Gott, Alter. Ich dachte schon, der stirbt jetzt. Ich frag mich eigentlich... Ich steh mir im Weg. Au. Natürlich! Und jetzt werft er auch noch auf den Straub. Und jetzt werft er auch noch auf den Straub. Bin ich denn hier? Natürlich gleich mal drei äh, Dinge weg. Ja! 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 Du kannst wirklich lachen! Ja! Ja! Du lachst jetzt aber. Ich werd zuletzt lachen! Ja! Ja! Die stürzt als erster! Boots! Hey! Was zum? Oh, oh! Und da sterben wir! Ja! Ich weiß es! Ja! 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 Und da hinten museums ist! Und da hinten. um wenn die mich jetzt ich muss da oben hin tut mir leid Kumpel aber ich muss dich leider köpfen der Einzige hier wir werden diesen Fischern ein Ende bereiten du bist jetzt dran nein, nein, was zum muss aber immer was schief gehen naja, äh, heute hier scheint keiner zu sein ich breche mich erstmal hier in Sicherheit und wir sehen uns das nächste mal wieder bis zum nächsten mal tschau